Ich ließ mich beim Chefarzt der Anstalt anmelden und erhielt von ihm die Erlaubnis, mit Robert spazieren zu gehen. Los, gehen wir. Gut, wohin? Wohin Sie wollen. Wohin Sie wollen. Was wir hier vorstellen, ist der Beginn einer Freundschaft. Das mag selig so genannt haben. Walser war auf seinem Rückzug vor der Welt auf seiner letzten Station angekommen. Freundschaft, das war eine Sentimentalität. Das lag hinter ihm. Walser sagt dann mal, welch ein Vergnügen ist es doch, unter den Menschen sein zu dürfen. Ich sollte eigentlich ganz allein auf der Welt sein und sonst kein anderes lebendiges Wesen. Kein Wasser, kein Wind, keine Straßen, keine Banken, kein Geld, keine Zeit und kein Atem. Keine Angst mehr und keine Fragen.